so leute einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen video von mir ja leute ihr seht dass ich wieder minecraft bin und ich habe was spezielles in minecraft vor sage ich mal wir treten heute mal nur meine welten also ich zeige euch heute mal nur meine welten leute und findet ihr kennt ihr ja schon meinen ziel wird also empfindet ihr kennt ihr dann habe ich hier eine welt ich weiß selber was das ist keine ahnung wir werden auf alle welten drauf gehen wir werden einfach mal alle angucken also hier habe ich was vor das ist noch privat weil da will ich ja was aus trichtern system bauen und das würde ich erst mal gucken ob das funktioniert so wie ich das plan weil das nämlich für infinity kraft ist leute dann haben wir eine welt und das ist nämlich eine welt wo ich relativ alleine baue also wenn ich da drauf bin nicht wundern ich werde hier relativ nur alleine bauen keine rechte geben weil wir haben hier eine welt hier steht auch herzlich willkommen auf der tutorial welt da steht das noch mal gesagt total welt von vielen youtuber leute die welt ist seit dem 6.12.06.2019 im bau also die ist jetzt zwei monate alt und das ist eine welt hier baue ich von ganz vielen youtuber einfach die tutorial wird es nach hier kommen auch meine tutorial wird es mir drauf zum beispiel ich habe hier ein haus schon als tutorial wir stehen das ist hier unten also hier unten ist das das haus das ist auch noch ein tutorial von mir das habe ich bloß noch nicht hochgeladen leute das werde ich auch noch machen wie ich dieses haus bauen dann sieht ihr viele tutorials von screen fun sind hier drauf dann haben wir hier noch tsmc unterstrich minecraft diese statuen überwiegend sind das alle seine statuen die hier stehen glaube ich das ist von theo dann haben wir hier in ein star wars tutorial nachgebaut das ist von gameplayer das nummer 30 sind glaube ich 40 stücke hier stehen was haben wir hier verein 31 von ski wie sechs gaming hier automatischer ofen hier ist ein panzer denn immer der zug von screen fun leute sind einige zu holz mein ziel wie gesagt auf dieser welt sind über 400 tutorial zu haben von ganz vielen youtuber und das werde immer weiter gewollt hier baue ich relativ alleine ich zwischendurch sind mal welche drauf die helfen natürlich ein bisschen aber eben halt relativ alleine leute das kann ich auch noch mal zeigen das ist auch übelst geil wenn die clock geht auch noch dies haben wir in hand so guckt euch das leckt ich will das vergleich wie die wählen auf einmal kommen da glaube ich habe ich auch ein tutorial zu gemacht wie man die dinger baut also relativ easy hallo hier werden wir mal verlassen wir werden auf die nächste welt gehen es ist ärgert mich auch leute ich kann nicht alle welten zeigen bei die meisten welten die ich habe diesen von meinen anderen account noch vom gta 19 und ja die kann ich nur noch auf ps3 verwenden erstmal als hätte ich die noch mit gezeigt weil da habe ich glaube ich auch noch mal 25 welten also recht viele ja leute wir sind in auf jetzt auf einer anderen welt und zwar auf der wo ich mein auto bau und das auto ist eben halt auch nachher mit komplett wetter und ihr seht das geht hier schon weiter werden noch weiter gebaut hier kommen noch mehr deko sachen und alles aber das mache ich auch relativ alleine wenn ich hilfe brauchen mich hilfe natürlich aber ihr seht ihr das auto da könnt ihr mal blinker warmblinker fernlicht nebelscheinwerfer alles mit an machen also das ist relativ chillig und lohnt sich voll das auto ist riesig auch von unten wenn ihr von unten guckt boden ist natürlich dicht das gehört sich ja so und da kommt noch viel viel mehr zu war der hat auch unterboden beleuchtung und also ein schnickschnack alles was man eigentlich am auto relativ also mit unterboden beleuchtung kommt ja kein typ läuft das leute so wie immer direkt die nächste gehen damit wir alle durch kriegen damit das zu video auch nicht zu lang macht da waren wir drauf das ist nur mein kürz und findet die karte kraft ding time 2 die welt kennt ihr glaube ich auch noch das war mal weil das nicht mehr gelohnt hat weil die leute echt an ich sag mal das projekt lief gut an aber nachher gab es nur noch stress bei diesem projekt und dann habe ich gesagt nein ist nicht ja leute hier nicht wundern das ist eine ja eine maschine darüber reden wir nicht weil die macht server kaputt die habe ich hier nur vorgeführt einen anderen spieler damit die wissen worauf sie achten müssen wie sie das in überlebenswelt ich bin jetzt natürlich der horst ich bin kreativ gestellt und wir können jetzt mal kurz ein paar gebäude angucken hier hinten ist eins ich weiß auch nicht von welchen spielern das alles war also da ist auf jeden fall meine burg also mein gebiet der berg da oben dann haben wir hier unten noch ein normales dorf warte mal ich brauche mal kurze karte ich habe ja eigentlich schon eine aufgedeckte karte gehabt wir sind jetzt hier keine ahnung ich weiß nicht in welche richtung wir müssen weil die leute haben echt verstreut gebaut weil ich ja wir sind richtig hier unten baut einer aktuell baut er ja keiner mehr leute die welt ist ja dicht die ist zu für euch mal hier ist kauten haben zwei das ist einer der größten gebäude auf dem server natürlich mit die echt viel gebaut haben das geht überall weiter überall wo man hinpflicht eigentlich ist was kommen da unten ist ein farm da ist auch irgendwas also ist relativ viel gemacht hier irgendwo ist auch noch eine riesen farm keine ahnung was da war wir können mal kurz gucken ob wir die finden die müssen nämlich hier irgendwo da ohne sie ja hier oben ist sie doch ich weiß jetzt nicht was sind wir denn hier auch hier ist die farm so jetzt haben wir es ja moin das was komplett machen wir es mal kaputt so ich weiß gar nicht was das ist jetzt eine was gibt es denn hier gold dies und das aha das können wir alle so leute nächste welt wollte sich zu lange aufhalten war sonst rede ich zu viel können euch nämlich noch so viel zeigen wird mit euch wie gesagt einfach nur mal die welten durchgehen das ist eine fertige welt von minecraft da spiele ich überleben drauf also da spiele ich mal für mich alleine auch wenn ich mal komplett ruhe haben will und einfach nur mal ein überleben einfach was machen will also das ist auch eine griechische welt aber davon habt ihr glaube ich schon was mitbekommen hier baue ich ein riesen tempel oder keine ahnung schloss also es ist riesen riesen groß die sieht das ja auch schon alleine in hof und das eben halt noch nicht fertig weil hier müssen noch Wände reingezogen werden und das muss auch oben ist auch noch da fehlt auch noch was kann ist noch kein boden drin zum teil erst reingezogen also und hier fängt man eine riesen statue an also habe ich angefangen die werde ich auch noch weiter bauen bloß wann ist die frage keine ahnung ihr sieht das ist relativ groß aber auch schön Was haben wir denn noch haben wir noch eine welt ich glaube nicht vw element ist die 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 das ist die Die kennt ihr ja mein kürzer finde ich was da wen haben wir denn alles online Wer ist denn da alles drauf Das ist seine welt ja es ist seine bies killer laser Okay Alpha sowieso Ja ist nichts interessantes leute mal wie gesagt nach dieser folge jetzt werde ich gleich noch mal eine runde quick join aufnehmen Also wenn ihr das video sieht könnt ihr heute abend verhoffen dass ich quick join aufnehmen also heute abend wollte ich das machen Mal gucken wenn ich von der arbeitshausen So leute wie gesagt ich bedanke mich erst mal fürs zuschauen und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video oder live stream Euer element weg Tschüssi koski